Hallo Leute! Und auf den Kanal Stunneling Alien. Und ich hoffe ihr hattet schöne Ferien. Ich auf jeden Fall. War mal ein bisschen erholsam alles. Hab extra die Videos alle vorproduziert. Ja, wir legen jetzt aber auch schon wieder los mit den ganzen Videos, würde ich sagen. Dann, was ich jetzt erstmal machen wollte, oder was ich in diesem Video machen will, ist, endlich mal diese Wasserdinger. Denn, die habe ich irgendwie komplett vergessen. Also ich habe die die ganze Zeit nie gemacht. Und ich würde sagen, dass wir das auch direkt machen. Dann habe ich Sand in meinem Inventor. Hallo, ich habe es rein gepackt. So, wir müssen hier erstmal jetzt gucken, wie wir das machen, wenn ich jetzt hier mal hochkommen würde. Also, wir bräuchten Bruchstein. Wir könnten auch erstmal das hier aufbauen, ne? Wer auch hat. Wir können baut, so. So. Zack. Dann können wir das hier erstmal alles wegbauen. Dann können wir nämlich auch ein bisschen Bruchstein und können da schon mal das Wasser platzieren. Öp. Die schwimmen sogar schon weg gegen den ganzen Wasser. So. Genau, dann machen wir das hier alles weg. Würde ich sorgen. Ich weiß nicht, soll ich das hier auch schon weg machen? Ja. Ja. Wo habe ich eigentlich meine Eimer hingepackt? Mit Slash. Boom. Oh. So. Meine Eimer müssten hier irgendwo drin sein. Aber hier sind sie nicht. Ey, wo sind die? Brauche ich mal... Ah. Warte. Die Beflüchtung, dass sie hier drin sind. Ja. Ja, und da sind sie auch. Ah. Ansonsten kann ich da reinpacken. Das bucht ebenfalls. Okay. Also anscheinend haben wir doch das Wasser. Einfach da drin gehabt. Ach, ich habe hier weitergemacht. Ich gerade. Diese ganzen Wassergeräusche. Und hier rein. So. Da und da. Dann machen wir das erstmal hier, würde ich sagen. Komm. Oh. Ich bin aber auch so ein Dui, ne? Jetzt kann ich es warten. Muss ich hier das Glas wegmachen und immer wieder reparieren. Da ist es sehr Bock drauf. Na, ist jetzt ein bisschen ungerade. Ist jetzt nicht mehr so Mais. Behebe ich irgendwann mal. Ich hoffe, ich fall da jetzt nicht immer rein. Wäre möglich, dass ich da jetzt immer reinfalle. Aber mal gucken. Vielleicht falle ich auch nicht rein. Mal gucken, ob das passiert. So. Ich werde auch übrigens bald Minecraft Legends spielen. Ich hasse mein Leben. Jetzt mal ehrlich. Ich werde übrigens bald auch Minecraft Legends spielen. Ich werde jetzt mal sehen. Kennt ihr ja vielleicht. Das ist das neue Spiel von... Dings. Von Minecraft. Äh, Microsoft. ja also das werde ich auch bald antesten ich konnte es schon herunterladen tatsächlich weil ich halt in dem pass ab in den xbox ebenfalls habt und da konnte man das ist schon herunterladen aber man kann es im moment noch nicht spielen aber ich glaube sogar das ist tatsächlich ein bisschen früher für die game passen leute muss ich mal gucken auf jeden fall werde ich das auf jeden fall aufstehen wie mein kräftan schon habe ich auch ewig jetzt nicht mehr gespielt also ich weiß gar nicht was ich für videos alles vorgenutzt habe schon wieder alles vergessen naja ich beginne ja auch bald neues projekt wo ich mitmacht dauert nicht mehr lange aufweist da muss ich jetzt hier überall erst mal pro stein machen ist es nicht so dass ich mich mit um anziehen müsste ich eigentlich nur noch so ein linksbums haben damit ich hinkomme es wird jetzt wahrscheinlich ganze zeit so lange gehen würde ich würde sagen ich mache dir kurz einen cut und dann sehen wir uns wieder wenn ich es gemacht habe so leute da bin ich wieder ich habe es jetzt mal fertig gemacht müsste jetzt noch glas machen ich weiß gar nicht ob ich glas noch war ach so stimmt was ich euch auch noch zeigen kann ist ich habe hier ein bisschen aufgeräumt also die ecke da ein bisschen hier hin verschoben und die ganzen öfen mal weggemacht ich habe jetzt nur drei öfen hierhin gepackt ist meiner Meinung nach ein bisschen besser und sieht auch ein bisschen besser aus als wenn da 100 millionen öfen wären daher habe ich das ein bisschen geändert so dann können wir einmal nach unten haben wir einmal nach unten gucken ob hier glas ist denke man nicht aber man kann ja mal gucken hier habe ich auch irgendwie sagen wir sind noch die anderen öfen glas ich habe doch noch perfekt nehme ich erstmal alles mit und damit ich jetzt nicht so weit laufen muss das hier machen wir gleich perfekt dann reparieren wir das gleich eventuell noch wird sagen dass wir jetzt aber erstmal hier wieder glas sind machen so 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 hey jetzt perfekt so so dann machen wir hier nämlich einmal überall glas hin dann haben wir nämlich diese ecke auch schon fertig nach eine millionen jahren müssten wir eigentlich nur noch da machen weil ich hier tatsächlich so mob haben oder irgend so was hin machen will dass man da ein bisschen xp also dass ich da einfach xp fahren kann aber da brauche ich noch ein bisschen geld weil ich mir erstmal ein let's spawn egg und sowas holen muss und dann muss ich auch noch einen spawner holen bei spawner kriegt man auch durch mode crates da ist es jetzt nicht so schlimm also spawner zu kriegen ist nicht schlimm aber halt diese eier muss ich nochmal gucken außerdem gucke ich auch die ganze zeit nach einem kuh spawn egg oder so rum weil ich halt das für bücher immer brauche und dann warum baue ich denn jetzt die ganze zeit oben drüber so zack zack so dann sind wir hier gleich fertig es wird schon wieder dunkel ich habe schon wieder 100 million tage hier in minecraft gearbeitet so weg das mit dem weißen sieht halt nicht so nice aus muss ich ganz ehrlich sagen das sieht ein bisschen blöd aus aber egal zack sind fertig zack zack so zack 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 Noch mal einen, so, dann kann ich jeweils von dran. Hier noch machen. So. Und jetzt muss ich mal mal gerne Wassereimer kurz holen. So. Müsste schon mit Slash machen. So. Da einmal. Dann nenne ich den anders. Da muss man irgendwo das Wasser hinkommen. Perfekt. Das ist doch jetzt nicht... So. Slash-O-M-Lava. Ähm. Ah. Äh. Man sieht da hier absolut gar nichts. Auch nur Lava. Kann ich hier runterspringen? Ich mach's einfach. Wo ist denn jetzt meine Lava hin? Da ist Lava. Boah. Ich dachte grad, ich fall irgendwo rein. Ah. Hier krieg ich doch Lava hin. Ey. Bitte fucking. So. Ich bin so dumm und laufe da auch noch rein. Ich bin... Hallo. Auch nur ein bisschen Lava. Slash-Set. Äh. L. Home. Slash-O-M-Lava. Und Z. Home. Damit ich immer... Schnell da jetzt hin kann. So. Ich würd sagen, Leute, ich repariere das eben nochmal und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Da bin ich wieder. Ey. Jetzt. Und, äh, ich hab's jetzt hier mal überall repariert. Hier könnte ich nochmal kurz ein bisschen... Mh. Mh. Warte, wie mach ich? Mal kurz wegmachen. So. Perfekt. Ach, jetzt hab ich keine Glassinger mehr. Die hab ich hier nach unten gepackt. Ey, hör mal. Hab die gerade weggeräumt und jetzt brauch ich die nochmal. So. Perfekt. So. Ey. So. So. Fertig. Perfekt. Leute, das ist jetzt erstmal das, was ich heute in diesem Video machen wollte. In der nächsten Folge werden wir eventuell hier ein bisschen bei den Tieren XP fahren. Äh, uns hier um den Holz kümmern. Und, ähm, da hinten um die ganzen Felder. Ja, Leute, ich will sagen, das soll's gewesen sein mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Like, einen Abonnenten, einen Kommentar da. Schaut auch gerne auf meinen Discord-Sorfer vorbei. Der ist, wie gesagt, immer in der Unte, äh, immer in der Beschreibung verlinkt. Genau. So wie noch andere Links wie Instagram und Co. Ich hab noch einen traumhaften Tag. Hab uns dann heute, euer Assando. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.